Hallihallo Hallöle X2DT Xtreme am Stießen hier ein weiteres Video genießen vom Let's Player mit den stinkten Füßen Ja genau so bin ich unterwegs heute auf dem Hive bei einer kleinen runde Splag Ich halte mich vorerst im Hintergrund bis hier das Gelegger aufhört bis ich einmal runterfalle und hoffe dass diese Runde nicht ganz so schnell vorbei ist Ich bin wieder mal hauptsächlich am Versagen hier weil ich eigentlich nichts kann Ihr kennt das mittlerweile ja von mir Okay jetzt bin ich jetzt schon auf der letzten Ebene Ja den hauen wir runter Wenn mich hier keiner runterhaut Ah da kommen die ganzen Leute jetzt auch schon Oh da kann man hoch Oh da will ich wieder hoch wenn man da wieder hoch kann Ich habe ja schon ewig nicht mehr auf dem Ich weiß gar nicht auf welchem Server ich gerade bin mit der heißt Ich habe den Namen vergessen Na ja egal Hier kommt man ja wieder hoch Das ist ja ein Traum ist das Wer hatte das erwartet Die ganzen Maps dazu Ich habe jetzt schon ein paar Runden gespielt und die ganzen Maps kannte ich überhaupt gar nicht Es ist unglaublich was man alles verpasst wenn man nur mal ein paar Monate lang nicht auf einem Server ist Aber das ist auch gut so denn wenn es immer die gleichen Maps wären dann wäre das genauso wenig gut Ah Oh da kommt einer hoch den wollte ich mir eigentlich holen Ich versuche weiter meine Runden zu laufen Und mich einfach nicht erwischen zu lassen bei dem was ich tue Hopp So hier Packe ich die Jump'n'Run Skills aus Uhuhuhu Ihr kriegt mich nicht Hehehehe Hehehehe So die habe ich runter gehauen Diese Runde läuft gar nicht so schlecht ist auf jeden Fall länger als die andere Wenn ich jetzt hier nicht so blöd bin und in eins der kleinen Löcher bin Bei denen die Chance so gering ist rein zu fliegen Das ist unglaublich Da will mir jemand den Boden unter die Füßen weg schießen Das finde ich nicht fair Woowowow Woowowow Woowow Da fliegt man immer gleich in die kleinsten Löcher rein Das ist unglaublich Wie viel Pech man haben kann Also Als nächstes sollte man diese Aufgänge da mal kaputt machen Kann mich eigentlich auch hier verstecken oder? Uhuhu niemand sieht mich Hehehehe Aaaaah Ok ok das wars ok ok Ähm Jetzt sind glaube ich dann mal alle unten Habe schon lange nicht mehr geschossen Den habe ich vorhin runter geholt Ha Dich habe ich bekommen Und bekomme ich auch ein zweites Mal Uhuhu aber schnell weg Hm Die laufen hier alle auf einem Fleck rum Oh da gibt es noch welche Leute die oben laufen Hör mal auf Ja Dich habe ich bekommen Ha Hey diese Runde läuft wirklich nicht so schlecht Also muss man sagen Wenn der hier nicht so campen würde Hör mal Wird es eigentlich ganz gut laufen Schau mal Uhuhu da stand ja jemand hinter mir Das hätte gefährlich enden können Zum Glück sind manche Leute auch genauso schlecht wie ich Und dann Kann man hier noch was reißen Dann kann man hier noch was reißen in der Runde Die jetzt auch schon länger geht Ich hatte gerade vorhin eine Runde die ging nicht länger als 30 Sekunden Oder eine Minute Also Hier halte ich im Moment gerade echt lange durch Ich bin überrascht von mir Muss man sagen hier Den da holen wir runter Tschüss Tschüss Da ist er auch komplett runter geflogen Nicht schlecht Nicht schlecht von mir Nur noch dreißblecker left Mit mir inbegriffen Pass mal lieber auf was du tust ne Sonst heißt es gleich mal Ähm runter fliegen Ähm ich muss auch aufpassen von dem da oben Nicht getroffen zu werden Ich glaube da ist noch einer oben Ich muss gleich mal nachschauen Wow 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 Nur noch 360 Sekunden Übrig Da oben ist der ich sehen Den holen wir runter Den holen wir runter Den hol ich mir Den hol ich mir Wow jetzt muss ich aber weg Jetzt hat er mich entdeckt Ah Er ist runter geflogen Das war es für dich Ähm Hier ein komischer Hero Brian Skin Sehr langweilig Sehr langweilig Er versteckt sich hier wieder Aber ich Halte durch Laufe jetzt direkt auf ihn zu Und dann mache ich ein Blatt Uh Okay vielleicht auch nicht Das ist auch taktisch anspruchsvoll Das ist auch taktisch anspruchsvoll Wow 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 Okay okay Ah der beschießt mich ja direkt von oben Okay Ich glaube ich sollte mich zuerst um den kümmern der immer wieder da hoch geht Den da Irgendwann hat er auch nichts mehr Wow Es ist alles komplett durchlöchert Was nicht gerade gut ist Jetzt ist er runter geflogen Jetzt ist er runter geflogen Und ich Komme hier aus der Ecke Und schieße einfach meine Ah ja Oh 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 Nein 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 Oh man Ah Okay okay war wieder meine eigene Schuld Zwei Leute sind noch übrig Wenn ich jetzt Wenn ich jetzt Ich muss jetzt doch eigentlich mitbekommen Wer gewinnt Äh ihr wollt das sicher nicht Ich sage ich spiele jetzt noch ein Rundes Black Die hoffentlich mindestens genauso gut laufen wird Wie die Oh das ist vorbei Hier haben wir unseren Gewinner Also ich versuche jetzt hier einfach mal Genauso gut wie in der letzten Runde zu spielen Und dann sehen wir uns gleich wieder Tschüss So das sind wir wieder Und wow Oh wow Das ist Oh das sind Bäume auf der Map Oh süß Okay Hm Uh da wird alles zerstört Hui Ah Ah ich hab wieder Lex Oh nein oh nein oh nein Hier Tötet mich nicht ich hab Lex Uh Okay Sagt tötet mich nicht ich habe Lex Ah Wow Wow Ich kann mich hier ja kaum bewegen Alter Das ist diesmal richtig heftig Wow ich weiß gar nicht so recht was ich tun soll Ich weiß nicht ob ich das euch zeigen kann wenn hier so massive Lacks sind dass man Die beeinträchtigen mich echt beim Spielen muss man sagen Ja Ich kann kaum spielen so wie es aussieht Schaut doch Das 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 stört mich gerade ein bisschen Ich weiß noch gar nicht Liegt vielleicht dann die Aufnahme Ich hoffe es nicht Weil Ich muss ja weiter aufnehmen damit ihr was zu sehen habt Ähm Ja ich könnte natürlich auch nur für mich spielen Aber wo wäre dann der Sinn dabei Wenn ich aufnehme und Ja Gibt alles keinen Sinn Die schießen mir alle Löcher in den Boden Okay 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 Konzentration Ah Jetzt rennt er noch knapp weg Oh Hat er sich selber weggehauen War glaub ich nicht sein bester Plan Okay mittlerweile hat sich's eingefangen wahrscheinlich Weil nicht mehr so viele Leute übrig sind Ich mach dir das Leben zur Hölle Stirb Stirb Oh man wie der sich rumpackt hier Sehe ich ja überhaupt nicht wo ich hinschießen muss Da hinter mir ist noch einer Wuuuuh Geh mal auf jemand anderen hier Ich steh mal auf die Gleichberechtigung Waaaah Da werd ich auch abgeschossen Haa Und zwar von dir du Penner Stirb, 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 stirb Okay Man muss sich auch ein bisschen darauf konzentrieren wo man hinläuft Das ist Sehr schwierig Also das ist nicht gerade das einfachste Spiel hier Was man kennt Boah hast du einen Jawoll Der ist weg Und euch mach ich auch noch weg Ich meine ich will ja hier gewinnen Bin ja nicht umsonst hier Eigentlich bin ich ja umsonst hier aber Nein ich bin kostenlos hier Jawoll Haben wir den auch erwischt Okay Dann noch wieder mal Oha wieder nur noch drei Leute übrig Och Hier hab ich beim letzten Spiel verkackt Ah Zweikampf Ich glaube ich hab gewonnen Hab ich gewonnen Ich glaube er ist ein Idiot und selber runtergeflogen Ja ich hab gewonnen Ich bin der King King of's Black man Yeah Okay Der King of's Black So nenn ich mich jetzt Das ist einmal ein Erfolgserlebnis hier in diesem Spiel Und dann Hoffen wir dass die nächste Runde die wir jetzt noch daran hängen Nicht ganz so mies wird Im Gegensatz zu der ich meine Kann es ja schlecht überbieten Und dann sehen wir uns sofort wieder Und weiter geht's nach dem Erfolg in der letzten Runde muss ich natürlich meine Krone verteidigen Und Ähm Dann Vergebe ich ja wieder mal mein Bestes Oha ohne runter zu fliegen natürlich Ja Gesagt getan würde ich sagen Oh da drunter ist noch eine große Fläche also Hab ich hier nochmal Glück Wie ist Black as Left 0 Ist das hier eine unendliche Runde? Wir wollen uns gegenseitig runterballern Ah da explodiert alles Oh 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 das 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 verträgt Das verträgt mein PC nicht Das verträgt einfach nicht wenn alles explodiert Nein das kann er nicht vertragen Ah hör doch jetzt auf das ganze TNT in die Luft zu jagen Damit komme ich nicht klar Mann Hey wo kommst du denn her? Wo kommen die denn her? Just for the rules So du stehst hier auf der Ecke Die hab ich jetzt auch schon dreimal gesehen Hop 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 Wuhh Wuhh Wie bin ich da über dieses Loch gekommen ohne zu springen So ich glaub wenn ich hier runter fliege Dann hab ich hart verkackt Weil unter mir wird gar nichts mehr sein Hilfe Ich will nicht sterben Du sterbst du sterbst heute Heute werde ich nicht sterben Hahaha Und ich bin nach oben Ähm So bin ich jetzt hier alleine Das ist eigentlich relativ langweilig Muss ich ja zugeben Also schiesse ich einfach mal hier rüber Wiiiii Wiiiii Yeah Ähm Aber alleine hier oben zu sein Das erhöht zwar meine Chance zu gewinnen Ist aber relativ langweilig Also hopp Wuhh wenn ich jetzt ganz runde geflogen wäre Wenn ich jetzt ganz runde geflogen wäre Hier weg mit diesem Teleporter Scheiß Ja der einen nach oben bringt Jetzt weiß ich zumindest wie der nach oben gekommen ist Ja du du schleißt hier rum Das will ich nicht zulassen Dass hier jemand rumschleicht Hopp Aaaaaaah Ich hau lieber ab und Deshalb wollte ich nicht auf der Plattform oben bleiben Weil gibt es keine Action Und hier geht es noch um die Action Die Action muss doch vorhanden sein Hier mit dem der Wir uns hart bekriegen Wuuup Ich habe mir mein eigenes Loch geschossen Oh mein Gott Oh mein Gott Bist du behindert Okay Aber dann War es das jetzt hier Von meiner Seite aus Ja Können uns ja mal auf irgendeinem Server treffen Ähm Ich Verabschiede mich hier Kann nicht beobachten Die Runde jetzt noch fertig Ich sag euch nicht wer gewinnen wird Hehehehe So gemein bin ich Okay Dann sehen wir uns Einfach im nächsten Spiel wieder Oh Vielleicht sogar wieder das Black Weil ich da gerade eben so gut war Okay dann sag ich mal Tschüss mit Ö Ciao Ciao erstmal Sさ S S S S